So, das ist schön. Ich auch. Guten Tag, lieber Zuschauer. Schön, dass auch du da wieder bist. Dass du den Weg wieder hergefunden hast zu uns. Hast du irgendein Genickproblem oder so? Der Kopf zu schwer. Okay, alles klar. So, für uns auch mal wieder seit gefühlt sechs Wochen auf dem Server. Herzlich willkommen. Gibt Neuigkeiten. Zumindest Updates. Keine Neuigkeiten, aber Updates. Das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Jo, Intro ich durch und Saskia moscht weiter rum. Hörst du Musik oder was? Ja. Ah, okay. Alles klar. Wer sie nicht kennt, meine Tochter Saskia ist hier mit in diesem Projekt und macht Spaß. Habe ich Bock drauf. Wir waren jetzt im Urlaub gewiesen, haben die letzte Folge aufgenommen vor vier Wochen, ich glaube. Ja, aber ich wollte gerade sagen, vier Wochen oder so. Das ist schon ein bisschen her. Genau. So, ich habe demzufolge etwas getan. Man sieht da drüben ein neues Dach. Ui. War offscreen dann zwischen oder nach dem Urlaub nochmal ein bisschen tätig und so weiter und so fort. Wir sind jetzt seit, zum Zeitpunkt der Aufnahme, seit einer Woche, nee, seit zwei Wochen. Einer, zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja, heute vor zwei Wochen. Genau, zwei Wochen wieder zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. Wie viel Urlaub willst du haben, Poppy? Naja, dazu kommt, ich bin jetzt krank. Also, ja. So, Saskia hat sie noch von einer Grippe erholt. Im Endeffekt, weil die hat es richtig zerrissen und die lag jetzt wirklich anderthalb Wochen richtig flach. Jetzt geht es so einigermaßen besser. Falls man Hüsterchen kommt, nicht wundern, sind noch die Nachwehen vom Husten. Gefolgt von jetzt wieder etwas anderem. Falls sie also mal irgendwann gebrechen hat, nicht wundern, sie hat händische Probleme. So nenne ich es einfach mal. Mal schauen. Ich möchte euch heute was zeigen. Saskia hat auch noch was zu sagen. Kann sie gleich machen. Ich möchte euch nur kurz was zeigen. Ich habe nämlich hier unser Lager nicht fertig gebaut, aber soweit schon vorangetrieben, dass es ganz anders aussieht, als noch zur letzten Folge. Daher bitte nicht wundern. Und zwar habe ich das Lager hier intern oder innen drin soweit fertiggestellt. Man hört auch schon das Wasserrauschen. Da gehen wir jetzt mal auf meinen kleinen Geheimeingang, der noch da ist, der aber auch weggemacht wird. Und zwar Jump'n'Run. Yes. So, hier habe ich gebaut eine Dachrinne. Hier habe ich gebaut ein Dach auf Hiveslap-Basis. Habe hier Treppenstufen hingepackt, auch hier wieder Hiveslap. Das ist jeweils der untere Block des Kuchens, hätte ich beinahe gesagt, des Blocks, so dass ihr keine Monster draus spawnen könnt. Solltet ihr im Hintergrund irgendwelche Baugeräusche hören, nicht wundern, schräg gegenüber von uns wird die Fassade gemacht und da ist jetzt so ein bisschen Lärm auf dem Samstag. Natürlich. Natürlich auf dem Samstag. Die Herrschaften kommen auch immer erst abends. Ich weiß nicht, welche Firma die Nachbarn da beauftragt haben. Hä, Firma. Wir lassen uns überraschen, wie das so ist. Hier habe ich auch noch eine Dachrinne reingezogen als zusätzlichen Ablauf. Hier muss ich noch weitermachen. Hier habe ich das Dach hochgezogen natürlich. Hier oben auch mit einem Hiveslap beendet, so dass hier keinerlei Möpschen spawnen. Schornstein muss natürlich sein. Hier, ne, klassischerweise mit dem Lagerfeuer und dann einfach noch mit Trapdoors gemacht. Dazu schön diese Mudbricks wieder. Äh, klassischerweise, ich habe es einfach durchgezogen, so wie ich es da gemacht habe und da gemacht habe, um halt einfach die gleiche Optik zu haben. Mehr ist das eigentlich nicht. Wobei mir fällt ein, ich hätte hier ja vielleicht auch mit dem Holz Hiveslap weitermachen können, ne? Oder? Was? Wo? Hier? Dass ich das hätte einfach so mit dem Holz verbunden. Na, ich weiß auch nicht. Vielleicht, was ist da drüben ja auch im Endeffekt. Also das habe ich ja auch gemacht da drüben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist, bin ich ehrlich. Also nicht. Einfach nur, dass hier die Verbindung rübergezogen. Ich habe natürlich jetzt kein, habe natürlich jetzt kein Holz hier. Muss ich noch holen. Aber ich glaube, das mache ich auch. Das ist, glaube ich, ganz cool. Fertig ist das Ding noch lange nicht. Das steht auch völlig außer Frage. Kann auf dem Wege vielleicht mal zeigen, wie ich das weitergemacht habe. In Verbindung mit der Automatik. Die Automatik haben wir ja gebaut. Habe ich ja erklärt. Wer es nicht gesehen hat, bitte die Folge entsprechend anschauen. Ich erkläre es nicht nochmal. Ich habe jetzt hier oben drunter den Wasserlauf gemacht. gepaart mit einem Bums. Nein, mit einem Packet Ice. Packet Ice habe ich hier auf der Map. Schön, dass man sie sieht. In einem Gebäude. Muss ja echt rausgehen. So, draußen siehst du die Map. Hier oben habe ich mein Eisbio, mein Snowtiger. Und da habe ich eben das Packet Ice rausgepickt. Mit meiner Silk Touch Axt sozusagen. Und deswegen habe ich das hier mitgenommen. Das heißt, Wasser kommt, hört hier auf zu fließen. Dann habe ich hier das Packet Ice, damit das Item, was in diesem Wassertunnel läuft, hier über das Eis rutscht, in den nächsten Schwung und dann immer so weiter und so fort. Als Platzhalter in diesen Hoppern habe ich Erde reingemacht. Die Erde habe ich unbenannt in Abonnierer Onkel Poppy, weil diesen Block gibt es garantiert nicht in Minecraft. Und wenn du da draußen Onkel Poppy noch nicht abonniert hast, dann drückst du bitte jetzt auf den Button, weil es ist kostenlos. Es tut dir nichts. Mir hilft es ungemein. Saskia auch. Gerne auch einen Daumen nach oben und bitte unter die Folgen kommentieren, damit der YouTube Algorithmus uns auch weiterhin berücksichtigt und uns weiterhin auch anderen Teilnehmern vorschlägt, damit wir besser gefunden werden und somit auch mehr Zuschauer bekommen. Deswegen habe ich das getan. So, warum habe ich hier nur vier gemacht und nicht fünf? Ganz einfach. Der letzte ist der Durchlass, so, dass das System sich jetzt quasi einsortieren könnte. Ich habe auch bewusst das System noch nicht geöffnet, weil das System ist noch blockiert. Sieht man hier hinten am letzten Block, hier ist nämlich der Start, hier unten drunter ist ja diese Kiste, die dann sich entleert in diesen Aufzug, in diesen Wasseraufzug. Das prallt hier oben gegen und wird dann, wenn ich diesen Block entferne, in das System reingeleitet. Habe ich bewusst noch nicht gemacht, damit hier das System nicht unerwartet zugemüllt wird und keiner weiß, wo es hingehört. Deswegen, ich möchte das schon gerne kontrolliert machen. Deswegen fehlt auch hier noch dieser eine Stairbrick, dass ich den Block hier nachher abbauen kann. Genau. Das Ganze wird hier einmal rumgeführt, endet dann mit dem Wassergraben hier, fällt einmal runter und geht in dieses Hopper-System raus, wie man es sieht, was dann nachher in einer anderen Kiste endet. In einer ich weiß nicht, was ich einsammeln soll Kiste. Und zwar genau die hier. Da. Da kommt es rein. Alles das, was hier nirgendwo einsortiert werden konnte. Dauert aber noch, bis da irgendwas ist und hier kommt alles das rein, was später mal einsortiert werden soll. so, fertig. Und jetzt die Saskia, die hat nämlich auch was gemacht. So zwischendurch mal. Ja, ich habe halt das ganze Lager einmal in die Hand genommen und einmal woanders hingepackt. Genau. Und zwar, um das zu zeigen, das ganze alte Lager, um das zu zeigen, wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten in einem Loch gehaust. Ja. So. Ohne Witz. In so einem richtigen Loch. So. Und zwar in diesem Loch. Das ist weg. Das Loch gibt es nicht mehr. Das ist nicht nur zugebaut, das gibt es nicht mehr. Ne? Ohne Witz. Ohnein. Verdammt. Die ganzen Sachen sind weg, wir kriegen sie nie wieder. Auch das noch. Auch das noch. Und das hat die gute junge Dame Frau hier unten drunter erstmal versteckt, vorübergehend, bis wir es da einsortieren können, logischerweise. Natürlich auch schön betrüftet und so, ne? alles Mögliche. Durcheinander eins, durcheinander zwei. Ja, ich wusste nicht, also es wäre halt unnötig gewesen, da irgendwie. Ja. Und so, ne? Genau, von diesen vier Kisten Erde werden wir wahrscheinlich am Ende nur zweieinhalb brauchen, oder so. Ja. Nochmal Erde. Ja, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr zu schreiben, deswegen sehen manche Schilder ein bisschen, äh, ja. Erneute Erde. Ah, siehste, wir könnten natürlich nochmal andere Holzsorten züchten. Und ich muss tatsächlich, Alter, du musst jedes Mal ins Freie gehen, damit er die Karte zeigt, ne? Und ich will nochmal Expeditionen machen, um, ähm, andere Holzsorten zu farmen. Dass wir möglichst viele verschiedene Holzsorten haben, die wir hier auch selber anbauen können, züchten können, um die dann im Lager einzureihen. Also, ich würde schon gerne hier die ersten, den ersten Block nur mit Holzfeuer machen, weißt du? Ja. Ja. Boah. Boah. Poppys Grinskramskiste. Ach, gucke. Ja. Ich wusste nicht, ob ich da irgendwie was wegräumen kann, oder so. Auch schön. Apropos, zum Thema Hörner, ich habe in den Kommentaren gelesen, in meinen Urlaubskommentaren, ähm, dass man diese Hörner auch craften kann. Ja, da hätte ich mir jetzt auch was darunter vorstellen können. Also, ja. Ähm, weil man kann, jetzt muss ich erstmal ganz kurz meine, meine, meine Seite hier aufrufen. Warte, ich suche das Kommentar mal raus. Erzähl mal einen. Erzähl mal einen Witz. Ich habe keine Witze. Sie lacht erstmal. Erzähl mal einen Witz und sie lacht erstmal. Das ist das Beste überhaupt. Ich weiß nicht, was gibt es denn für Witze? Ich google jetzt. So, der erste Witz ist schon mal das, was ich in die Google-Leiste eingegeben habe. Lustige Witze. Lustige Witze. Ah, okay. Hier, pass auf. Kommentar. Moin, Onkel Poppy. Vielleicht zwei Ziegen holen und dann könnte da eine Tochter die züchten, um selber rauszufinden, wie viele verschiedene Hörner es gibt. Vor allem wäre es ein schönes Hörnerkonzert, wenn sie getestet werden. Das hat zum Beispiel jemand geschrieben. Wusste ich nicht, dass man mit Ziegen diese Hörner auch quasi beschaffen kann. Und beschaffen? Genau. Droppen die Hörner? Sind das diese Ziegenhörner? Droppen die, wenn man die Ziegen dann tötet? Oder wie ist das? Ach so, das ist ein Esel, ne? Hier. Den wir hier haben. Ja, die haben keine Hörner. Und wenn die Hörner haben, sind das andere Hörner. Ja. Der wirft mich gar nicht ab. Haben wir den schon gezüchtet? Wo fändet man denn Ziegen? Ich denke mal ein Bergbiom oder so. Hui. Alter. Alter. Minikrash. Schreib mir doch nicht so in das Ohr. Ziegen. Ziege. Ziege sind neutrale Kreaturen in den Bergen. Okay. Vorkommen Gruppe 2 bis 3. Ziegen spawnen über undurchsichtigen Blöcken im Bergen oder Schneehängen. Ach so, siehst du, im Snowbiom geht das auch. Verhalten. Manchmal springt eine Ziege bis zu 10 Blöcke hoch in die Luft. Dies geschieht normalerweise, wenn die Ziege versucht, ein Hindernis wie ein kleines Loch im Boden oder Pulverschnee zu überqueren. Ziegen nehmen 20 Herzen weniger Fallschaden und vermeiden außerdem im Pulverschnee zu laufen. Rammen. Alle 10 bis 15 Sekunden, wenn eine Ziege eine Kreatur außer anderen Ziegen oder Spieler gesehen hat, der sich seitdem nicht bewegt hat, rammt sie aus 16 Blöcken Entfernung diesen Spieler. Drops ausgewachsene Ziegen lassen 1 bis 3 XP fallen, wenn sie von einem Spieler oder Hund getötet werden, während 1 bis 7 bei erfolgreicher Zucht fallen gelassen werden. Das Töten eines Ziegenjungs bringt keine Gegenstände oder Erfahrung. Bei solcher Zucht werden 1 bis 7 Horn Ziegen lassen ein Boxhorn fallen, wenn sie gegen einen festen Block gerammt sind. Dies kann zweimal pro Ziege fallen gelassen werden. Ah, okay, das heißt, wenn die Ziegen einmal mal irgendwo gegenrennen, dann verlieren sie ihre Hörner. Okay. Das hätte auch was. Boah. Boah. Müsste man sich mal so eine olle Leine einpacken und dann solche Viecher mal einsammeln und die dann hier mal hochzüchten. Müssen wir eh noch machen, ne? Wir brauchen dann noch einen großen Stall, wo Tiere gezüchtet werden, verschiedene, und dann haben wir die nämlich auch schön mit Auslauf und Inlauf und Weglauf und so. Achso, ja. Ich habe dich nicken gehört, alles gut. Nee, ich war gerade höchst konzentriert. Oh, höchst konzentriert. Was machst du gerade höchst konzentriert? Ich habe gerade so's gefüttert. Konzentrierst du dich darauf, nicht pullern zu gehen, oder was? Ich habe gerade so's gefüttert. Achso. Ach, die Geschichten. Ich habe hier bei der Scheune, bei dem Lager, habe ich mal Weg frei gemacht. Können wir Wege anschließen. Ah, hm. Macht Sinn. Das können wir tun. So, ich würde gerne, glaube ich, noch mein Lager zumindest optisch erst mal weiter zu Ende bauen. Zumindest was das Dach betrifft. Müsste dann aber nochmal auf eine Expedition gehen, wie gesagt, um verschiedene Bäume einzufahren. Das ist halt die Frage, wollen wir das in der Folge machen, oder wollen wir das Offscreen machen? Das dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir einfach mal exploren wollen, anstatt zu bauen. Bei Bauen haben wir jetzt ja genug Folgen gemacht erst mal. Und von daher wäre es ja eine Option, dass man sagt, ja, wir können mal eine Runde exploren. Ex-Piloren. Bestimmt auch interessant, oder nicht? Ja, das gehe ich mal von aus. Nehmen wir mal die Minecraft-Welt-Pan. Einfach mal, um zu schauen, was gibt es denn hier so für ein Zeug? Verändert hat sich hier nichts, muss man dazu sagen, weil die Spieler, die hier mal waren, sind halt very inaktiv. Ja. Also, ja. Also vom Prinzip her tot. Muss man ganz klar sagen, ne? Muss man ganz klar sagen. So, muss da, muss da. tschüss. Ey. Du Sau. Ich hab nichts gemacht. Das war schon so. Doch, du hast den Block dahin gesetzt, genau. Der ist wirklich runtergefallen. Ist klar, Puppe. Mann, ey. Ist klar, Puppe. Ja, ja, dat. Ja, so ist dat. Ja, Urlaub. Urlaub war für mich ganz cool, für Saskia leider nicht, weil Saskia ist nämlich im Urlaub krank geworden. Ja. Wir waren da und gleich am ersten Tag hat sie sich erstmal fette Grippe eingehandelt, fette Erkältung eingehandelt und lag dann tatsächlich die ersten drei Tage. Ja, drei oder vier Tage irgendwie sowas. Lass sie richtig flach, also richtig wirklich Bett. Bis Mittwoch oder sowas und dann ging es so langsam wieder. Also war wirklich Ende. War einfach Schluss mit lustig. Schade auch. Also, hab ich ihr jetzt nicht gegönnt, dass sie im Urlaub so erkrankt, aber steckst du ja nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. Also das ist halt leider Gottes ein bisschen blöd gelaufen. Aber es war trotzdem mein schöner Urlaub. Huch. Ja, von dem letzten Rest, den du dann noch mitgekriegt hast, ne? muss man ja auch ganz klar sagen. Sie hat ja dann nicht nur im Bett gelegen, sie hat ja dann sich trotz Erkältung auch mit in die Sonne dann halt auch gelegt, ne? Und hat dann in der Sonne so ein bisschen die Wärme genossen und so. Das hat sie natürlich schon gemacht. Aber, ja, war halt nicht so wie ein richtiger Urlaub, ne? War halt dann so dieser kranke Urlaub halt, ne? Ja, wobei ich glaube, dass das mit der Sonne auch gar nicht mal so gut war, weil ich glaube, durch den Wind habe ich mir dann nochmal was eingeholt, weshalb ich dann wieder quasi krank geworden bin. Weil mein Husten ist dann noch richtig, richtig flimm geworden. Ja, gut, der kam dann, Ja, stimmt. Mit Antibiotikum und so. Anfänglich war es ja ganz gut wegen der Seeluft, muss man ja auch sagen. Ja, ja. Die hat ja schon viel geholfen, aber dann kam ja irgendwann das schlechte Wetter, also der Vorbote. Wir waren ja in der, wir waren auf Fehmarn, für die Leute, die es nicht wissen. Wir waren auf Fehmarn und haben da zwei Wochen, eine Woche Urlaub verbracht, nicht zwei Wochen, sonst waren wir zwei Wochen, diesmal nur eine Woche Urlaub verbracht. Prost, du musst jetzt mal einen Kaffee trinken. Ja, bisher. Und, oh nein, tschüss. Aua! Oh, hast du Besuch? Ja. Und, ja, diese eine Woche war halt die, die Sonnenwoche in der Ferienzeit der Niedersachsen, muss man dazu sagen. Ja, ehrlich. Wir sind dann abgehauen und prompt fing das dann die Folgewoche drauf an, tierisch zu regnen. Also da war Fehmarn dann Urlaub vorbei, alle, die dann dahin gefahren sind, nach uns, die haben halt das schlechte Wetter abgekriegt, wo ich mir gedacht habe, Glück gehabt, es sei uns gegönnt gewesen. Ja, und da haben wir natürlich dann den Vorboten bekommen an Wind, so nenne ich es mal. War jetzt kein Sturm, das nicht, aber es war halt dann schon irgendwann auch windig und man hat dann auch schon so eine gewisse Schwüle und eine gewisse Kühle hinterher auch bemerkt, wo normal ein gesunder Mensch schon stöhnt und sagt, uh, nicht gut. Und wenn man dann natürlich noch krank ist, kann ich mir schon vorstellen, ist das noch belastender. Ja, auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, teilweise richtig Probleme gehabt mit Luft bekommen, war dann halt schon so, hm, Hilfe. Und das trotz der Seeluft, ne, man muss sich ja einfach mal überlegen, dass Seeluft ist ja im Endeffekt ist ja im Endeffekt, ähm, Salzwasserluft, ne, und Salzwasserluft ist ja eigentlich das Beste, was einem, einem Lungensystem, Nasen-Lungensystem so passieren kann, ähm, was dann schon halt nicht mehr toll war, ne. Und dann kam man nach Hause und dann ging's mir noch beschissen an. Und dann kam man nach Hause, das stimmt natürlich. die hat weiße Hörchen. Oh, wie süß. Tja, und seitdem dockt hat sie da halt dran rum, ne, und ist halt seitdem auch krankgeschrieben, natürlich, klar. Und jetzt haben wir heute nach zwei Wochen, genau, nach zwei Wochen, den ersten brauchbaren Tag, sag ich mal so, wo sie, ähm, was machen kann. Also es stand tatsächlich in den Sternen, ob wir heute hier aufnehmen konnten oder nicht. Ich hab gesagt, wir probieren's mal, aber irgendwie seit heute Morgen ist, äh, die Nase auf jeden Fall besser. Die, ja, klingt jetzt, klingt jetzt nicht mehr ganz so nach, 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 ähm, kaputt. Die, die klingt jetzt wirklich schon brauchbarer, muss ich echt sagen. Brauchbarer, das ist aber lieb von dir. Ja, sonst hast du halt immer geklungen wie ein Kerl. Das stimmt. Vor allem im Urlaub, am Essen ist das Tisch, ey. Hallo Saskia, na hallo. so richtig geil. So eine richtige Bassstimme. Fand ich immer lustig. Saskia nicht, aber ich fand's lustig. So, was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, kreuzchen, vierzehn, 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 sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Aua. 13, doch, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 habe ich gesagt. Irgendwie sowas, ja. So. Hopsala. 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 So, ich glaube, dann haben wir erstmal gebaut. Was geht mit dir los? Ruhigen Sie sich. Ich hole Hilfe. Bitte. Was geht denn da los? Ach, sie pustet da ins Horn. Da habe ich mich gerade erschrocken. Genau, das wollte ich erreichen. Ohne Witz, weil ich habe eben noch ein Modpack gespielt. Und da gab es, gibt es ja auch Maschinen, die machen auch solche Geräusche. Deswegen dachte ich, habe ich das noch laufen? Geil. Voll der fette Bass, Alter. Die ist super. Ach, wir kommen, den machst du jetzt. Wir müssen hier unbedingt ausleuchten, ne? Ja, viel Spaß. Ja, mit was denn? Mit diesen Laternchen? Du kannst die Lanterns bauen, kannst deine Innenausstattungskünste, kannst du mal ausleben. Also, mach, wie du willst. Mach, wie du willst. Da habe ich nur in Sims 4. Wobei, ne, da bin ich nur Architekturzeug, bla, gedöns und so. Arschi? Mhm. Ich. Da ist er Arschi, hat sie gesagt. Ach, dann nehme ich, glaube ich, mit ihm an, ne? Ne, 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 ne. Ne, 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 mach doch. Mach doch, mach doch. Habe ich das gemacht? Mach ich auch. Mach doch. Ach, ne, mit diesen Ketten habe ich das gemacht, ne? Mit den Chains, genau. Oh, mein Rücken. Oh, oh, alte Frau. Ich werde alt. Komm mal. Ich werde alt. Wie, 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 wie mache ich denn das? Hm. Mit, äh, Ketten? Ne, ich bin, bin, bin gerade, bin gerade am, am Brainstormen. Ach so. Ein bisschen. Ich lass mich überraschen. Ich muss hier mal ein bisschen googeln. Ach, ich habe übrigens einen lustigen Witz gefunden, ne? Oh, dann erzähl mal. Wie nennt man ein Brot, das untergeht? Ein U-Brot. Ja. Ich hatte so genial. Und was ist grün und klopft an der Tür? Ein Klopfsalat. Das ist so dämlich, ehrlich. Ach so, haben wir noch Holz? Warte mal, Holz, Holz. Irgendwo hatte ich doch eine Holzkiste gesehen. Durcheinander? Was für ein Durcheinander? Äh, Holzzeugs. Guck, da braucht doch keine neuen zu machen. Oh. Muss ich doch? So. Voll schick. Und hoch. Also ich habe jetzt hier oben mal mit Holz weitergemacht und nicht mit Stein an der Fürst. Äh, flupp. Ich denke, das sieht besser aus. Falls ihr mal gucken möchten, junge Dame, könnt ihr mal schauen. Aber ich denke, das sieht besser aus. Bitte nass. Ich denke, das sieht besser aus. Ja, doch. Sieht deutlich besser aus. Das hier, ja. Das hätte ich auch so gemacht. Nicht? Oder? Ich dachte, du willst das so einmal komplett drüberziehen, so wie es da drüben ist. Näh, näh, näh. 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 Boah. Näh. Ui. Er kropft, es ist undicht. Musst du überarbeiten. Jetzt. Bitte? Ja. Nö. Hier ist undicht. Nö. Ich mache nämlich jetzt die Folge zu Ende. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo. Und natürlich einen Kommentar. Äh. Hi. Wo willst du? Damit der YouTube-Algorithmus beim Beacon. Damit der YouTube-Algorithmus uns natürlich auch etwas Tolles, Gutes tut. Jawohl, ja. In diesem Sinne, euch noch einen wundervollen Tag. Wo willst du hin? Ich weiß nicht, wo du bist. Beim Beacon, habe ich doch gesagt. Ich weiß nicht, wo der ist. Ach, hier. Hallo. So, ach, das ist mit Beacon, komm mal. Genau. Wir müssen die Laternen hier natürlich noch umbauen. Das müssen wir noch tun. Oder vielleicht auch ein ganz anderes Laternensystem finden, dass wir den Weg vielleicht auch breiter ziehen hier. Mal gucken. Lass mich überraschen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Jux. Entschuldigung. Die hat mich geboxt. Aua. Das ist doch so schlecht. Ich kette dich auch fest, Gerda. Ach, das noch. Oh Gott. I don't. Ey, ich hab das jetzt. I don't. Untertitelung des ZDF, 2020